Da sehen wir mal ein Headbike im Einsatz. Jawoll! Mit Vater, mit Hund, mit Kind. Ich kann nur sagen, Headbike, einsam und Spaß. Merle, wie ist das da hinten drauf? Ich fährt das Fahrrad. Ist das gut? Brems mal. Halt mal an. Kann ich bremsen. Kann ich bremsen. Merle, du musst sagen, Papa, fahr mal ein bisschen schneller. Oh Mann, Walter, ich beneide dich. Du willst doch Kinder, die mitmachen. Was sagst du? Wo ich hinfahre? Ich fahr jetzt nach Hause. Ich hab richtig Hunger. Ja, wir haben schon gegessen. Tschüss. Tschüss.